Hallo und guten Tag, mein Name ist Andreas Kühn, ich bin der Eigentümer des Bagges & Müller Service & Vertriebs. Wir betreuen Bagges & Müller bundesweit samt Schweiz und Österreich im Service & Verkauf. Thema dieses Videobeitrages ist die Vorstellung unserer BM-Line 35. Kurzbeschreibung. Die BM-Line 35 ist wie alle Bagges & Müller Lautsprecher ein Aktiv-Lautsprecher. Es ist für jeden einzelnen Weg oder für jedes einzelne Chassis eine separate Endstufe im Lautsprecher eingebaut. Zum Betrieb unserer Aktiv-Lautsprecher in einer Minimalkette benötigen Sie lediglich einen Streamer. Wir empfehlen den Cocktail Audio X45, weil mit dem können Sie noch CDs wiedergeben, Musikdienste nutzen, also streamen, auf die eingebaute Festplatte speichern, das Internetradio nutzen, auch noch ein Fernseher mit einbinden und so weiter. Als Resultat erhalten Sie nicht nur eine saubere Musikwiedergabe, sondern gleich noch ein aufgeräumtes Wohnzimmer, da keinerlei weitere Peripheriegeräte benötigt werden. Akustische Vorteile. Bagges & Müller Aktiv-Lautsprecher verwenden eine Vielzahl Techniken, die einen sauberen Klang in einem normalen Wohnbereich ermöglichen. Alle Bagges & Müller Lautsprecher spielen zeitrichtig, das heißt alle Frequenzen von der niedrigsten bis der höchsten werden zeitgleich wiedergegeben. Der Schall wird auf unsere Zuhörer gebündelt, dadurch wird der Raum deutlich weniger angeregt und der Direktschallanteil wird erhöht. Durch unsere Sensorregelung im Tieftornbereich entfaltet sich der Bass auch bei geringen Lautstärken druckvoll. Zusätzlich hat jeder Kunde die Möglichkeit, über ein optionales Pegelprogrammiergerät den Klang sich so einzustellen, wie es ihm passt, beziehungsweise an seinen Raum dann nachher anzupassen. Die Settings können gespeichert und wieder aufgerufen werden. Zeitfehler. Die BM-Line 35 spielt dank ihrer digitalen Signalverarbeitung zeitrichtig. Lassen Sie mich dazu erst einmal das Thema Zeitrichtigkeit erklären. Wenn wir ein normales, natürliches Musikinstrument hören, dann strahlt dieses den Schall von einem Bereich oder von einem Klangkörper aus ab. Möchten wir dieses Musikinstrument über Lautsprecher wiedergeben, erzeugt die Stereophonie eine sogenannte Phantomschallquelle. Das heißt, der Schall wird nicht von einem Punkt aus, sondern von zwei Punkten aus erzeugt, nämlich vom linken Lautsprecher und vom rechten Lautsprecher. Und damit jetzt die räumliche Darstellung passt, entscheiden kleinste zeitliche Abweichungen, wann ein Schallereignis am linken Ohr im Vergleich zum rechten Ohr auftritt, über die Präzision der Bühne. Nehmen wir beispielsweise einen Dreiwege-Passiv-Lautsprecher. Soll ein natürliches Musikinstrument wie beispielsweise ein Flügel wiedergegeben werden, dann spielt dieses natürliche Musikinstrument zum einen alle Tonlagen aus einem Volumen und zum anderen es spielt alle Frequenzen zur gleichen Zeit. Betätigt man die ganz linke und ganz rechte Taste des Flügels, dann wird der tiefste und der höchste Ton, also die tiefste und höchste Frequenz auch zum selben Moment wiedergegeben. Ein Passiv-Lautsprecher kann das nicht, denn der spielt den tiefen Ton zu einem ganz anderen Zeitpunkt wie den mittleren Ton und den wiederum zu einem anderen Zeitpunkt wie den höchsten Ton. Messtechnisch fällt die sogenannte Sprungantwort dann auch entsprechend schlecht aus. Mit der Sprungantwort definiert man die Zeitdifferenzen einzelner Frequenzen. Anders ist das bei der BM-Line 35. Dort entzerrt die digitale Signalverarbeitung unter Zuhilfenahme der Führfelder alle Chassis-Laufzeiten. Alle Frequenzen haben die gleiche Laufzeit. Gebündelter Schall. In der BM-Line 35 wird im Mittenhochtonbereich ein mechanisches Zylinderwellenelement eingesetzt. Dieses entstand in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut in Kaiserslautern. Das Zylinderwellenelement strahlt zusammen mit den sechs tiefen Mitteltönern nicht kugelförmig ab, sondern bündelt den Schall in Form einer Zylinderwelle auf die Zuhörer. Durch diese Bündelungscharakteristik wird der Diffusschallanteil vermindert. Diffusschall ist der Schall, der über Begrenzungsflächen, also Wand, Boden, Decke, irgendwann irgendwie auf den Zuhörer einwirkt. Zusätzlich zum Diffusschall hört man Zeitversatz den Direktschall der Chassis. Der Direktschall hat natürlich den kürzeren Weg und die kürzere Zeit. Durch die Schallbündelung bedeutet es, dass bei unseren Lautsprechern der Direktschallanteil erhöht wird und man dadurch weniger von seinem Aufstellplatz abhängig wird. Das ermöglicht übrigens auch in der Rubrik Kundenausstellungen eine ganz normale Platzierung der Lautsprechern in einem normalen Wohnumfeld. Die Sensorregelung. Leises Musikhören in Verbindung mit einem sauberen, druckvollen Bass ermöglicht unsere Sensorregelung. Sicherlich haben Sie auf unserer Homepage in der Rubrik Kundenausstellungen schon die ein oder andere Wandeck-Dachschrägenaufstellung gesehen. Passiv wären diese Setups so gar nicht machbar gewesen. Ein generelles Problem in der Passivtechnik ist ja, der eher schwache, unsaubere Bass, der leise schon gar nicht mehr wahrzunehmen ist. Außerdem sind Passivlautsprecher eher kritisch, was den Wandabstand angeht. Die BM-Line 35 spielt auch in akustikschwierigen Räumen mühelos. Im Tieftonbereich arbeiten auf der Rückseite zwei sensorgeregelte 30 cm Tieftöner. Sensorgeregelt bedeutet, dass hinter der Staubschutzabdeckung ein Sensor sitzt, welcher der Elektronik die Membranposition und Bewegungsrichtung mitteilt. Sobald die Membranbewegung vom Musiksignal abweicht, wird gegengesteuert. Mit der Sensorregelung unterdrücken wir beispielsweise auch die störenden Eigenresonanzanteile. Klopfen Sie doch einfach mal auf die Membran Ihres Lautsprechers. Sie werden dabei hören, wie sich Ihr eigentlich schlankes Tippgeräusch zu einem großen Ploppgeräusch aufbauscht. Das, was Sie da hören, ist die störende Resonanzfrequenz und übrigens auch die tiefste Frequenz, die der Lautsprecher wiedergeben kann. Bei jeder Membranbewegung erzeugt ein ungeregelter Tieftöner diese Resonanzanteile. Die sind aber sicherlich nicht Bestandteil des Musiksignals. Sie hören also immer diese Störgeräusche. Alle Bageser-Müller-Lautsprecher haben diesen Mangel aufgrund der Sensorregelung nicht. Wenn Sie bei uns auf die Membran tippen, hören Sie nichts, weil sofort gegengeregelt wird. Dank der Sensorregelung spielen unsere Lautsprecher auch ohne Subwoofer in die unterste Oktave des Musikgeschehens. Details zur Sensorregelung werden in einem separaten Videobeitrag erklärt. Mit der BM-Line 35 können Sie auch sehr leise hören, ohne dass wie bei Passiv-Lautsprechern üblich das Klangbild auseinanderfällt. Wir benötigen auch keine Grundlautstärke, wie bei Passiv-Lautsprechern, das wenigstens etwas Bass erzeugt wird. Einstellmöglichkeiten. Alle Bageser-Müller-Aktiv-Lautsprecher haben umfangreiche Einstellmöglichkeiten. Die BM-Line 35 kann über ein optionales Pegelprogrammiergerät eingestellt werden. Bevor ich die Möglichkeiten im Einzelnen erläutere, reden wir erst einmal über die Notwendigkeit der Einstellung. Unsere Zuhörer möchten ja so ehrlich, so leifhaftig, authentisch, wie es noch geht, Musik aus den Lautsprechern hören. Gleichzeitig gibt es in der Hi-Fi-Szene immer die Meinung, dass alles auf neutral stehen muss. Da muss ich widersprechen, es gibt kein Neutral. Das ist bei einer Band, die live spielt, nicht anders. Wenn die Band in einem Stadion spielt, in einem kleinen Saal oder in einer großen Halle, wird für jede einzelne Location ein Soundcheck durchgeführt. Auf neutral steht am Mischpult da gar nichts. Unbestritten ist natürlich, dass ein Lautsprecher oder ein Verstärker alle Frequenzanteile von seiner niedrigsten bis zur höchsten Gleichlaut wiedergeben können muss. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass der Lautsprecher dann bei Ihnen zu Hause auf neutral stehen muss. Zum einen benötigt unser Gehör im Leisen mehr Bass und mehr Höhenanteil. Zum anderen ist je nach Ausstellsituation mehr oder weniger Bass vorhanden. Wichtig sind ebenfalls die persönlichen Hörwünsche. Es gibt ja Leute, die wollen den Bass gar nicht hören, sondern spüren. Die möchten eher einen fetten, druckvollen Bass hören. Es gibt Leute, die möchten eher einen knackigen Bass haben oder Leute, die eher im Präsenzbereich unterwegs sind. Wenn Sie einen Lautsprecher haben, der keinerlei Einstellmöglichkeiten hat, dann haben Sie einen Kompromiss vorprogrammiert. Aus diesem Grund können alle Backe- und Müller-Lautsprecher vom Kunden parametriert werden. Man kann verschiedene Filter setzen. Beispielsweise können Frequenzen um 60 Hertz eingestellt werden, die schmalbandlich um 3 dB abgesenkt werden. Man kann sich eine Lautnesskurve programmieren und so weiter. Verschiedene Setting können gespeichert und wieder aufgerufen werden. Mehr dazu in einem separaten Videobeitrag. Die Lautstärkeregelung. Alle unsere Backe- und Müller-Lautsprecher benutzen in Verbindung mit unserer BMIS-Vorstufe die sogenannte verlustfreie Lautstärkeregelung. Zu den analogen Zeiten hatte man einen Vorverstärker, welche die Signalgröße an deren Ausgang variiert haben. Bei leisen Musik-Lautstärken wurde das Signal reduziert und bei groß entsprechend vergrößert. Im heutigen digitalen Zeitalter, wo beispielsweise Streamer die Musikwiedergabe rein digital, also in Form von Bits und Bytes ausgeben, ändert sich die Art der Lautstärkeregelung. Die Höhe der Rechtecksignale hat keinen Einfluss auf die Lautstärkere Musikwiedergabe. Alle Mitbewerber nutzen zur Lautstärkeregelung die sogenannte Wortbreitenreduzierung. Da wird Ihnen also erst Hi-Res-Material verkauft, um das dann bei Zimmerlautstärke Wortbreiten reduziert mit 8 bis 10 Bit wiederzugeben. Klar, beim Passiv-Lautsprecher, der systembedingt aus nicht in die unterste Oktave spielt, der Zeitfehler hat, der rundum strahlt hat, fehlt sowieso an Auflösung. Aber dann auch noch gerade im leisen Bereich, wo unser Gehör ja mit am empfindlichsten ist, da auch noch die Auflösung zu reduzieren, ist eigentlich recht schlecht. Wird die BM-Line 35 digital angesteuert, können Sie zwar die Lautstärke an unserer BM-Eyes ändern, aber letzten Endes wird die Lautstärkeregelung im Lautsprecher passieren. Das heißt, alle analogen Endstufen im Lautsprecher werden im Gen, also in der Verstärkung, gemeinsam verkleinert oder gemeinsam vergrößert. Und so umgehen wir die Wortbreitenreduzierung und fahren immer mit voller Wortbreite aus der BM-Eyes in die Lautsprecher. Im Übrigen wird die verlustfreie Lautstärkeregelung auch im Analogbereich eingesetzt. Bei Zimmerlautstärke würde eine normale Vorverstärke etwa 20 bis 40 Millivolt ausgeben. Der Wandler in der BM-Line 35 wandelt aus diesem sehr kleinen Signal die Musik. Wird die BM-Eyes im Analogbetrieb angeschlossen, liegen dort etwa 10 Volt am Ausgang zum Lautsprecher an. Der Wandler kann dann aus der vollen Wandlerdynamik oder seine volle Wandlerbreite nutzen. Der erzielbare Signal-Rauschspannungsabstand ist enorm. Warum? Äkustisch bedeutet das ein volles, sattes Klangbild, vor allem auch im leisen Abhörbereich. Chassis-Bestückung. Die BM-Line 35 ist auf der Rückseite mit zwei 30 cm Tieftönern bestückt. Die Tieftöner sind Bages und Müller-typisch einzeln Sensor geregelt und verfügen über einen Limiter. Im Tief-Mitteltonbereich werden sechs 17 cm Töner eingesetzt. Im Mittel-Hochtonbereich spielt unser mechanisches Zylinderwellenelement. Anschlüsse. Da alle Bages und Müller-Lautsprecher symmetrisch aufgebaut sind, verwenden wir ausschließlich Neutrik XLR-Buchsen. Problemlos können die Lautsprecher aber auch mittels Adapter an Cinch-Quellgeräten betrieben werden. Serienmäßig haben wir einen Analog-Eingang und einen Digital-Eingang eingebaut. Über ein optionales DDC können im Gesamten drei digitale Quellen angeschlossen werden. Also Sie haben da einen TOS-Link, einen SB-TIV-Eingang und nochmal einen AES-Eingang zur Verfügung. In diesem DDC-Interface werden die Signale aufbereitet, also reglockt, synchronisiert und dann zum Lautsprecher abgegeben. Taktraten von 192 kHz bis 24-Bit-Wortbreite werden verarbeitet. Wenn Sie unsere Lautsprecherprobe hören möchten, besuchen Sie uns hier im Service Center Conrestheim oder wir stellen Ihnen auch gerne ein paar BM-Line 35 für ein paar Tage bei Ihnen zu Hause auf. Falls Sie weitere Informationen benötigen oder detailliertere Informationen, verweise ich gerne auf den 200-zeiligen Dialog. Den können Sie sich über die Homepage bestellen. Ansonsten kontaktieren Sie mich gerne auch telefonisch und ich würde mich freuen, wenn wir uns bei einem meiner weiteren Beiträge rund um den guten Klang sehen würden. Bis dahin, euer Andreas Grün. Vielen Dank. Vielen Dank.